Oh Mann, ich war doch die ganze Zeit da. Sie kennen das wahrscheinlich auch, man ist zwar zu Hause, aber statt des Paketes bekommt man nur so einen Abholschein hier. Darf der Paketbote das überhaupt und muss ich jetzt einen Tag warten und muss mich dann morgen bei der Post in die Schlange stellen? Oder gibt es vielleicht doch einen Ausweg? Mein Kollege Matthias Fiedler hat die Antwort. Päckchen und Briefe bekommen und verschicken ist so einfach. Nicht immer, gerade vor Festen, wenn man viel bestellen muss und die Zeit drängt. Für die Party am Freitag braucht sie noch ein Outfit. Mit viel Glamour und Bling Bling. Zum Glück gibt's den Sofortlieferbutton. Klappt ja super mit der Lieferung. Bitteschön. Dankeschön. Schönen Tag noch. Hätte auch keine Minute länger dauern dürfen. Nur leider. Das sind die Falschen. Der muss sie jetzt rückschicken. Aber wie? Der Originalkarton fällt wohl aus. Was, wenn kein Paket zur Hand ist? Schatz, ich hab ne Idee. Hauptsache weg mit den Dingern und schnell zur Post. Da reicht bestimmt auch eine einfache Tüte, wenn sie sicher verschlossen ist. Geht doch so, oder? Unser Reporter Matthias hat sich durch den Vorschriften-Dschungel gekämpft und weiß, wie die Post abgeht. In Verpackungsfragen für Rücksendungen bin ich der absolute Experte. Das mach ich nämlich jeden Tag x-mal. Aber geht das auch in einem alten Karton oder einer Tüte? Antwort A. Es gibt keine Vorschrift für die Verpackung von Paketen. Kein Problem. Haben Sie den Zettel dabei? Ja, klar. Also egal, wie es verpackt ist, irgendwie geht es immer. Oder ist Antwort B richtig? Gebrauchte Kartons gehen nicht, weil die Sendung so nicht sicher genug verpackt ist. So Matthias, hau rein, sag uns, wie es läuft. Ich kann euch sagen, Antwort A ist richtig. Natürlich könnt ihr jeden Karton nehmen, zum Beispiel auch so einen alten Schuhkarton oder ein Päckchen, was ihr selbst bekommen habt. Aber Vorsicht, wenn da noch Etiketten drauf sind. Immer vorher abmachen, sonst besteht die Gefahr, dass das Paket zu euch zurückkommt. Ihr solltet auch keine Kordeln und sowas verwenden. Da bleiben die Sachen nämlich gerne in den Sortiermaschinen der Post hängen. Ebenso gefährlich ist dieses braune Verpackungsband. Da kann man nämlich, wenn man nicht aufpasst, die Strichcodes auf den Etiketten verdecken und dann kommt das Paket auch nicht an. Kleiner Profitipp noch, nehmt keine Verpackungen, die nach wertvoll aussehen. Also nicht unbedingt den Karton vom Tablet oder sowas. Solche Sachen werden nämlich gern gestohlen. Die stabile Tüte geht also auch. Es muss kein Paket sein. Jetzt noch fix die Schuhe neu bestellen, klick und weg. Und hoffentlich morgen dann in der richtigen Farbe. Das Warten zieht sich. Und anstelle von Lieferungen liegen Überraschungen im Briefkasten. Schatz? Ja? Wer ist eigentlich Monika? Monika? Tinder-Alarm? Ne, ich kenn keine Monika. Glück gehabt. Der Postbote hat sich im Kasten geirrt und aus Versehen einen falschen Brief reingesteckt. Kann mal passieren. Bei über 60 Millionen Briefen, die die Post pro Tag befördert, da gehen Sendungen schon mal verloren. Wie viele genau, gibt die Post allerdings nicht preis. Es gibt sogar einen Fall, in dem ein Briefträger über 1300 Sendungen verschwinden ließ, bis er dafür ins Gefängnis musste. Dieser Brief ist aber nur im falschen Kasten gelandet. Ja, und was mache ich jetzt damit? Kommt natürlich drauf an, was drin ist. Quatsch. Wir gucken natürlich nicht rein. Wir sind korrekt und wollen, dass der Brief unversehrt beim richtigen Empfänger landet. Aber wie macht man das eigentlich? Was glauben Sie? Was können wir tun, damit der falsch zugestellte Brief zum richtigen Empfänger kommt? Entweder Antwort A, den Irrläufer einfach auf den Briefkasten stellen, damit der Postbote ihn wieder mitnimmt. Oder Antwort B, einfach den Brief in einen Postkasten werfen. Den Brief einfach auf den Briefkasten, den bringt natürlich gar nichts. Da weiß der Postbote ja nicht, was er damit machen soll. Lösung B ist richtig. Am besten, ihr schreibt noch Empfänger unbekannt drauf. Und dann schmeißt ihr den Brief einfach in den Briefkasten oder gebt ihn bei der Post ab. Extra frankieren müsst ihr ihn nicht. Die Marke bleibt auch für den Weg zurück zum Absender gültig. Manche Sendungen brauchen aber einfach nur ein bisschen mehr Zeit. Die nächste Lieferung ist angekommen, nur nicht ganz vollständig. Socken sind schließlich Rudeltiere. Aber der ist ganz allein. Ja, da fehlt doch einer. Das muss die Post doch ersetzen. Bei der Verpackung gilt immer Safety first. Ich klebe immer noch einen zweiten Streifen drüber, damit der Umschlag auf keinen Fall aufgeht. Die Post kann sogar schlecht verpackte Sachen zurückweisen. Denn da gibt es immer wieder Probleme mit der Haftung. Wenn wirklich was abhanden kommt, wer muss dafür zahlen? Und wie ist das jetzt mit der Übernahme von Verlusten oder Schäden? Ist es A. Die Schäden übernimmt der Zusteller, in dem Fall die Post. Das tut mir leid. Hier können Sie anrufen. Oder ist es B. Das Päckchen war beschädigt und es fehlt sogar etwas. Die Post ist zu gar nichts verpflichtet. Ja und jetzt? Nichts. Der nächste bitte. Antwort A ist richtig. Wenn ein Händler etwas verschickt, Waren zum Beispiel, dann sind die immer versichert. Wenn ich als Privatmensch etwas versende, dann muss ich aufpassen. Da sind nämlich nur Pakete versichert. Bis 500 Euro. Wenn ich jetzt aber der lieben Oma zum Geburtstag unbedingt einen Umschlag schicken will, mit ein bisschen Bargeld und einer schönen goldenen Kette, dann wird es riskant. Da muss ich unbedingt eine Zusatzversicherung buchen. Die heißt Wert national. Kostet 4,30 Euro und kann für Waren nach Quittungswert Geld bis 100 Euro und für Sachwerte bis 500 Euro abgeschlossen werden. Aber Achtung, den Wert auf keinen Fall draufschreiben. Die Socke wird nicht ersetzt, aber er ist das nächste Mal schlauer. Unser Partypaar steht ziemlich unter Druck. Also aufs Wesentliche konzentrieren und die Verluste verschmerzen. Da die Überraschung. Der Paketbote mit den nachbestellten Schuhen. Hallo? Ja, fünfte Etage bitte. Ach nein. Aber was, wenn der Bote das Paket nicht nach oben bringt und einfach nur einen Zettel da lässt? Obwohl ich zu Hause war. Tja, von diesen schönen gelben Zetteln habe ich eine ganze Sammlung. Dabei wohne ich gerade mal im zweiten Stock. Herzlich willkommen in der Warteschlange. Und jedes Mal, wenn das passiert, frage ich mich, muss der Postbote nicht zu mir an die Wohnungstür kommen mit dem Paket? Antwort A. Ja, was nicht in den Briefkasten passt, muss bis zur Wohnungstür gebracht werden. Antwort B. Nein. Der Post- und Paketbote muss bei Etagenwohnungen nicht nach oben laufen. Du Schlingel, du. Verstecken gilt nicht. Antwort A ist natürlich richtig. Die Sendung muss bis an die Wohnungstür gebracht werden. Es sei denn, man hat vorher etwas anderes vereinbart. Das steht auch eindeutig in den allgemeinen Geschäftsbedingungen. Paragraf 4 Absatz 1 liefert sie an den Empfänger ab. Auch, wenn der Aufzug mal kaputt ist oder das Paket sehr schwer ist. Und selbst, wenn man im fünften Stock wohnt. In unserem Fall ist das leider nicht so gut gelaufen. Auf dem Abholschein steht das Datum von morgen. Nur da ist die Party vorbei. Aber hier ein Tipp. Die meisten Postboten bringen nämlich die nicht zugestellten Lieferungen nach der Schicht wieder in die Postfiliale. Wenn man Glück hat, bekommt man also sein Päckchen doch noch. Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. In drei Stunden startet die Party. Und die Frau am Postschalter vollbringt das Wunder vom Freitagabend. Mission completed. Party gerettet.